Geister aus der alten Welt Heute sind wir im Grand Hotel Gula Niemand hat in diesem Hotel eingecheckt seit diesem verhängnisvollen Montag an dem 100 Menschen ums Leben kamen in diesem Raum Wir werden ständig von irgendjemandem beobachtet Als wir den Grundstein für diesen Ort legten fanden wir Beweise für ein Massengrab Die Einheimischen glauben, es sei verflucht Was machen Sie hier? Ich habe genug von dem allen Ich verlasse dich nicht Eliminieren wir zuerst das Unmögliche Das, was bleibt Egal wie unwahrscheinlich es ist müssen wir als Wahrheit ansehen Ich werde nicht mehr Ich werde nicht mehr Jungs